jo moin leute herzlich willkommen zum 22. spieltag der fußball bundesliga los geht's alle spieler live in der sportschau im radio alle freitagspieler und sonntagspieler live bei the zone und alle samstagspieler live bei sky los geht's heute um 20.30 Uhr live auf the zone und in der sportschau im radio fsv mainz 05 gegen borussia münchen glattach das ganze geht 3 zu 1 aus für den fsv mainz 05 herzlichen glückwünsch dann morgen um 15.30 live auf sky und in der sportschau im radio fsv köln gegen vfl volksburg das ganze geht 1 zu 0 aus für den 1. fc köln herzlichen glückwunsch dann tsg 1899 hoffenheim und borussia dortmund spielen spektakel 3 zu 3 der fv werder bremen unterliegt den vfl volksburg 1 zu 2 dann erbe leipzig schlägt eintracht frankfurt mit 3 zu 0 herzlichen glückwunsch unterliegt den fco 2 zu vier dann Um 18.30 Uhr das Tipico Topspiel der Woche live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga, UHD, HDR und in der Sportschau im Radio und auf Sky Sport Top Event. FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. Das Ganze geht 1 zu 2 aus für die Stuttgarter. Herzlichen Glückwunsch! Und übermorgen um 15.30 Uhr live auf der Zone und in der Sportschau im Radio. FC Freiburg gegen Bayern 04 Leverkusen. Das Ganze geht 4 zu 1 aus für den FC Freiburg. Herzlichen Glückwunsch! Und um 17.30 Uhr live auf der Zone und in der Sportschau im Radio. FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin. Das Ganze geht 2 zu 1 aus für den FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch! So, das war's vom 22. Spieltag mit den Positions der Fußball-Bundesliga Saison 20, 22, 23. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen noch rum da, gibt kein Abo. Dann nehmen wir das Glöckchen, das nicht vergessen sagt, wir werden dann verpasst hier. Gar keine Benachricht bekommen auf den Channel mit Deiner. Gut, Gig, ciao! viel Spaß von Aktiv самой Kreuz mehr zurück. guys which Americans won? super Tarauen 2 0 0 0 01 0 I'm not gonna make